Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum ersten Bova im September. Der Sommer endet langsam auch, wenn manche von uns, zum Beispiel ich, noch ins Freibad gehen, aber bald ist es vorbei damit und man fängt wieder an, die Kaffeetassen so mit zwei Händen links und rechts zu greifen, um beide Hände zu wärmen und sie so ganz langsam und gedankenverloren an den Mund zu führen und gegen die Melancholie anzuschlürfen. Bevor es aber soweit ist, machen wir heute noch eine sehr heitere Folge mit Themen, vor denen ich gehörigen Respekt habe und deswegen begrüße ich jetzt erstmal Dax Werner. Hey, guten Morgen, dir einen fröhlichen Start in den September, in den Herbstbeginn, also zumindest wann ist Herbstbeginn kalendarisch, gar nicht recherchiert vorher. Ich weiß es nicht, mit Fakten will ich auch hier niemanden belasten, es wird jetzt dann Herbst, so viel steht fest. Es wird dann irgendwann soweit sein, genau. Heitere Folge sagst du, weil ich hatte in der Vorbereitung auf die Sendung das Gefühl, wow, wir haben heute eine richtige so eine Lektüre-Folge, wir lesen so einiges, habe ich das Gefühl. Das ist eine extrem diskursive Folge. Hart erarbeitet. Ja, hart erarbeitet, aber heiter. Wir wollen heiter bleiben, lieber Dax. Unbedingt, unbedingt. Was wollte ich dir noch sagen? Ach ja, es ist ein komisches Gefühl, denn die erste Folge seit langer, langer Zeit ohne ein neues Kapitel unseres Romans, mir fehlst du ein bisschen. Ja, stimmt. Wir müssen uns bald mal hinsetzen und das nochmal einlesen. Haben wir ja irgendwie mehr oder weniger schon versprochen, das müssen wir noch machen. Ja, genau. Also im September schaffen wir es vielleicht noch. Ja, ich meine, wenn es draußen dann auch stürmischer wird und herbstlicher und die Gehwege in einen goldenen Matsch getaucht sind von den herabfallenden Blättern, dann ist vielleicht auch der rechte Zeitpunkt, um sich noch einmal hinzusetzen und so ein Buch einzulesen. Das stimmt, mit ein bisschen Abstand, ja. Genau. Ja, also was haben wir vor? Wir haben in unserem Lieblingsradiosender Deutschlandfunk Kultur etwas gehört, sehr früh morgens um 6 Uhr. Ich habe es sofort Moritz geschickt und wir waren dann beide Feuer und Flamme aus verschiedenen Gründen, aber wir wollen euch auch nicht länger auf die Folter spannen, denn der Deutschlandfunk, den wir ja alle mitfinanzieren, lässt es sich nicht nehmen, die jeweiligen Folgen und Beiträge eigentlich super so mundgerecht als MP3 schon auf der Homepage zur Verfügung zu stellen. Denn das macht es uns sehr einfach, damit zu arbeiten und ich will euch nicht länger auf die sprichwörtliche Folter spannen. Wir hören jetzt rein in Aus den Füetons vom Deutschlandfunk von letzter Woche. Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau. Hier spricht Jan Böhmermann, heißt ein Artikel in der Wochenzeitung Die Zeit, den Sie bitte selbst lesen, wenn Sie mögen. Uns missfällt Böhmermanns fundamentalistisch simplifizierende Besserwisserei derart, dass wir nur die blödelnde Unterzeile des Artikels zitieren. Hört mir gut zu, wir müssen alle Gräben in unserem Land zuschütten und einen neuen aufreißen, dann kommt wieder Schwung in die Bude. Ich muss mal kurz hier Stopp machen. Nach diesem doch recht harten Intro. Ja, also ich war geschockt, ehrlicherweise. Ja, über dieses Abwatschen unseres größten Satirikers des Landes. Ja, stell es dir so vor, das läuft ja um 6 Uhr morgens. Du hast gerade die Augen irgendwie auf. Du bereitest dir gerade deinen ersten Bova zu. Du hast vielleicht gerade den ersten Schluck getrunken und dann machst du das Radio an. Und dann kommt hier so eine Abrechnung, so ein Urteil, das ich wirklich selten gehört habe im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja, danach mussten wir beiden natürlich auch diesen Text lesen. Aber bevor wir das gemacht haben, haben wir natürlich noch weiter diese wahnsinnige Sendung gehört, weil wir dachten, was passiert hier noch in dieser Sendung? Und es wurde, so viel darf ich versprechen, noch besser. Und es wurde so viel besser, dass wir beide am Ende das Gefühl hatten, das hier waren vielleicht die 60 Sekunden bestes Deutschlandfunk-Radio, die ich dieses Jahr gehört habe. Auf den ersten Führungsseiten präsentiert die Zeit unterdessen ein Gespräch mit der so titulierten Jahrhundert-Supranistin Edda Moser. Und das wiederum ist überaus erquicklich. Zeit-Chefredakteur Giovanni Di Lorenzo und Christine Lemke-Mattwey führen das Gespräch im Wohnzimmer von Edda Moser und wollen wissen, ob sie auf den Sesseln sitzen, die Moser für ihren Freund Helmut Kohl, den Ex-Kanzler, angeschafft hat. Hier saß Helmut Kohl. Ja, antwortet Moser und präzisiert. Den Sessel, auf dem sie sitzen, hatte ich aber schon. Extra anfertigen lassen habe ich den Stuhl dort drüben am Esstisch vor der alten Vitrine. Mit dem war er sehr zufrieden. Vorher saß er auf einem anderen Stuhl, der unter seinem Gewicht leider zusammenbrach. Stell dir vor, was an dir interessant ist, ist, auf welchem Stuhl Helmut Kohl bei dir saß. Das ist doch irgendwie auch. Da macht Giovanni Di Lorenzo extra so einen Interviewtermin mit dir. Dann kommt der irgendwann vorbei. Du freust dich, ne? Kannst endlich mal ein bisschen was von dir erzählen. Und dann ist Giovanni Di Lorenzo aber im Endeffekt auch nicht anders gestrickt als wir beide. Wenn wir wüssten, hier hat der Kanzler verkehrt, dann wüssten wir natürlich auch, welche Fragen wir stellen. Ist ja irgendwo auch klar. Ja, also ich kann da auch, also eine gewisse journalistische Unprofessionalität würde ich da schon attestieren, wenn man sich quasi so, wenn man quasi das Gespräch nur als Vorwand nutzt, um quasi so seinem Helmut Kohlfimmel nachzugehen. Aber menschlich kann ich es total verstehen. Ich weiß nicht, halt im Kontext sozusagen der ersten Meldung, wir haben sie ja alle noch im Ohr, bemerkenswert finde ich, dass der, wir werden ja gleich noch drauf eingehen, auf den Text von Jan Böhmermann, hier spricht Jan Böhmermann, was wollte ich sagen, also der wird so abgeurteilt, es ist kein vernünftiger Gedanke drin, der missfällt uns derart. Und dann wird gesagt, jetzt geht es erquicklich weiter. Das Erquickliche, mit dem es dann weitergeht, Hochgenuss, ist die Anekdote, wie der Stuhl unterm Kanzler zusammengekrachte. Naja, muss ja Deutschlandfunk dann am Ende auch selber wissen, richtig Bovacor ist das dann nicht. Nö, aber das ist ja, Bovacor sind ja wir, also ich fand das einfach, wie du ja gesagt hast, eine sehr gute Minute Radio, extrem dicht, hartes Urteil und dann wirklich, und dann etwas Verspieltes, erquicklich, also da würde ich mitgehen, das ist ja auch erquicklich. Ja, es ist absolut erquicklich, ja. Genau, aber lassen wir mal den Kanzlerstuhl Kanzlerstuhl sein und gehen in Medias Res, wir machen heute ein bisschen Close Reading, mit dem Debattenaufschlag, möchte ich es ja fast nennen, von Jan Böhmermann, hier spricht Jan Böhmermann, ich muss nochmal kurz auf die erste Seite wechseln, ich habe nämlich die zweite Seite auf zeit.de online offen. Achso, das hat nicht auf eine Seite gepasst, ne? Ja, es waren sehr viele Gedanken, genau. Ja, okay. Was sind denn deine Gedanken? Also dieses harte Urteil gab es ja vom Deutschlandfunk und es gab noch ein weiteres hartes Urteil, das viral gegangen ist und zwar von Jochen Bittner. Das hast du ja, hast du mir sogar geschickt und Jochen Bittner ist auch bei der, ist Korrespondent für die Zeit, glaube ich, in UK und ist auch schon, der ist aber auch schon bekannt dafür, dass er so quasi, wie soll man das denn nennen? Also der gehört, glaube ich, eher. Der ist jetzt kein Fan vom, der ist kein Fan vom ZTF Magazin Royale. Richtig, also er ist auch kein Fan von Jan Böhmermann, also die beiden sind, glaube ich, schon öfter aneinander geclasht und er hat halt geschrieben, also Bittner hat geschrieben, dass er froh sei, dass die Zeit, also seine Zeit, Böhmermann eine ganze Seite Platz gegeben hat, um einen mutmaßlich wichtigen Impuls zu formulieren. Hier lese ich schon eine leicht ironische Spitze raus und dann kommt aber auch wieder so ein Satz. Herausgekommen ist ein erschütterndes Zeugnis intellektueller Lehre, die er versucht mit Arroganz zu kompensieren, wirklich ein Dokument unbedingt lesen. Ja. Und also auch so abgewatscht, was ist da, was ist da los? Also sind wir denn nicht mehr in der Lage miteinander erstmal zu sprechen und lieb miteinander zu sein und zu sagen, irgendwie, ich weiß es nicht, warum kann Jochen Bittner nicht schreiben, hey Jan, cooler Beitrag insgesamt, aber zwei, drei Punkte, da würde ich nochmal gerne drüber reden wollen. Da war schon viel Schönes dabei, lass uns doch nochmal zusammensetzen. Ja, man macht das ja auch, so Feedback packt man ja auch am besten immer in dieses Sandwich, genau, das Feedback-Sandwich. Ja, das vermisse ich hier. Genau. Das vermisse ich hier, genau. Ich hatte erst den Verdacht, dass Jochen Bittner hier ein falsches Spiel treibt und praktisch in Absprache mit Jan, der so einen konträren Debattenaufschlag platziert, weil irgendwie würde ich es dann dem Unterfangen auch zutrauen, dass sowas im Fahrwasser davon stattfindet. Aber im Endeffekt glaube ich es auch ehrlich gesagt wieder nicht. Ich weiß auch nicht. Also irgendwie, dann habe ich wieder eher Bock, das zu lesen, wenn ich sehe, dass Jochen Bittner das missfällt, ehrlich gesagt. Ja, ja. Aber macht mir dann irgendwo da auch Lust. Und was ich an dem Jochen Bittner-Tweet interessant finde, ist dieser Ausruf, wirklich ein Dokument. Also, was heißt denn das? Das ist eine echte PDF-Datei, oder? Nee, ich glaube, für ihn ist es schon Zeitgeschichte, dass man, also ich folge jetzt nur Bittners Argumentation, Bittner ist der Meinung, dass dieser Text quasi markiert, was für ein Esel Jan Böhmermann ist. Also das meint er, glaube ich, mit Dokumenten. Er ist praktisch schon als Historiker der Gegenwart unterwegs. Er hat schon den Forscherblick auf dieses Dokument und sagt, hier sieht man es noch einmal mehr. Die Vergrünisierung, die Habeckisierung der Gesellschaft. Aber ich gehe eigentlich mit dir mit, ja schon. Ich gehe aber mit dir mit, mit diesem Verdacht, dass das irgendwie, mir kommt das auch ein bisschen schräg vor, dass Bittner das macht, weil, also ich habe diesen Text ja schon so verstanden. Ich gehe jetzt noch gar nicht so inhaltlich darauf ein, dass es ja schon irgendwie so eine, es ist ja schon ein Debattenbeitrag oder ein Beitrag für eine Diskussion oder soll irgendwas anstoßen oder sowas. Also warum schreibt man sonst einen langen Text in die Zeit? Also wenn man das nicht will. Und es passiert aber nicht mehr. Und das ist mir aufgefallen, denn ich habe diesen Text auf vielen, ich habe ihn erstmal gar nicht gelesen, sondern mir nur die Reaktionen durchgelesen auf den verschiedenen Plattformen. Und dabei ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass er auf Twitter, also heute X, natürlich extrem schlecht wegkommt. Da wird nur geschimpft über diesen Text. Auf Blue Sky wiederum fast nur gelobt. Und auf Threads auch eher positiv gesehen. Das heißt, wir haben überhaupt nicht mehr, wir haben überhaupt nicht mehr den Ort, wo dieser Zeittext hin kann, um irgendwas auszulösen, weil das alles parallel läuft. Und da hatte ich dann auch den Verdacht, vielleicht hat die Zeit dann gedacht, na gut, wenn das jetzt nicht geklappt hat, dann sorgen wir halt selber für die kontroverse Diskussion, indem wir einen aus dem eigenen Haus jetzt auf den Text hetzen. So kam es ja vielleicht ein bisschen vor. Das ist eine sehr gute Idee und eine gute Beobachtung, wie ich finde, lieber Moritz. Was man dazu noch ergänzen kann ist, das ist aber durchaus sozusagen im Zeit-Kommentar-Bereich, also es gibt diesen Ort noch, auch wenn wir beide da seit langem nicht mehr reinschauen. Aber da findet die Debatte eigentlich statt. Und eigentlich, wenn man es mal zuspitzen will, hat der Zeit-Kommentar-Bereich dann hier die Rolle von Twitter früher übernommen. Pass auf, genau das Gleiche habe ich vorbereitet. Ich habe hier noch einen Screenshot, genau die gleiche Beobachtung. Lustig, dass wir da beide drauf kommen, haben uns nicht abgesprochen. Ich habe dann auch die Zeit-Kommentare gelesen und ich bin jetzt erst wieder drauf gekommen, dass es ja wirklich ein eigenes Social Network mittlerweile ist. Die drei Highlight-Kommentare, die obersten, decken alle Positionen, die man haben kann. Einmal, toller Text, regt zum Nachdenken an. Einmal, das zweite, muss die Zeit diesem Böhmermann eine Plattform geben, nicht zu fassen. Und drittens, ausgeglichen, die Ansichten in dem Text teile ich, aber ich finde den Sound unangenehm. Also, du hast quasi zwei Extrempositionen und einen Kompromiss und alles wird auch extrem viel geliked. Die Zeit hat ja sogar sechs verschiedene Reactions. Stern, Herz, Lachen, schlecht gelaunt, zweifelnd und staunend. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Das wusste ich auch nicht so, dass das so passiert dort. Krass. Aber, also, was ich wirklich interessant finde an diesem Text ist, der Inhalt, ich weiß es nicht, der Inhalt ist, finde ich, du und ich, wir kennen ja das ZDF-Magazin Royale und Böhmermann, was er so macht, auch schon lange, da überrascht das einen jetzt nicht wirklich, was da drin steht. Aber was ich interessant finde ist, dass er halt in der Lage ist, bei der Zeit durchzuklingeln und er kriegt eine Seite. Und das sind nicht viele in Deutschland, die das können. Das kann vielleicht, das kann so Leute wie, ich weiß gar nicht, wer es bei der Zeit kann. Wahrscheinlich, also der Bundeskanzler wird es natürlich kriegen. Lars Weißbrot. Ja. Nee, also der Bundeskanzler, Merkel wahrscheinlich auch noch. Aber so Medienleute, ich weiß es nicht. Also, wer das noch schafft, das finde ich schon beeindruckend, dass man da einfach sagt, Leute, ich habe was zu sagen, gib mir eine Seite. Das finde ich schon toll. Thorsten Sträter? Glaubst du, Thorsten Sträter käme durch? Ja, beim Stern vielleicht, aber nicht bei der Zeit. Ich glaube, das ist nicht, nee, 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 nicht ganz. Eben, das ist schon was Besonderes. Und was ich dann noch besonders lustig fand, ich habe den Text ja, ich habe die Papierzeit immer nur irgendwie immer so neun Wochen, wenn es neun Wochen für einen Euro, für neun Euro gibt. Ach ja, stimmt, den Heck hast du uns schon mal erzählt hier, glaube ich. Genau, genau. Und gerade gibt es das aber nicht. Also, ich bin gerade so dazwischen zwei Vorteilsabos der Zeit, kriege die also nicht gedrückt, deswegen habe ich das online gelesen. Und was ich interessant war, fand, dass der Text online, dass da unten noch ein Disclaimer war, dass der Text auch in einer gekürzten Fassung im Print erschienen ist. Und das finde ich schon noch stärker, dass du quasi an die Zeit einen Text schickst und dann aber nochmal sagst, ich verstehe, gut, meinetwegen kriege ich keine zwei Seiten, aber online kommt nochmal eine Extended Edition, das finde ich extrem geil. Ja, ja, total. Also, schöne Beobachtung. Ich würde auch gerne dann auf die, was hat die Zeit rausgekürzt? Das würde mich interessieren. Stimmt, das müsste man nochmal übereinander legen. Aber ich glaube, der Text hat sich so gelesen, als würde, also das ist quasi so ein, wie heißt das bei New York Times Op-Ed, also so ein externer Beitrag, wo dann quasi auch klar ist, das ist jetzt nicht Position des Mediums natürlich. Und ich glaube aber auch, da wurde eigentlich nicht redigiert, ehrlich gesagt. Das ist, also vielleicht wurde so Rechtschreibprogramm drüber laufen lassen, aber das kommt mir schon sehr ungefiltert vor, was da so stand. Und es wurde auch gestattet, dass ganz viel kursiv gesetzt wird und sowas. Das finde ich auch ungewöhnlich. Weil es sozusagen dem Style Sheet der Zeit so ein bisschen widerspricht. Ja, es ist halt wirklich, es ist halt wie ein Kunstwerk, was reingelassen wird und wo dann die Redaktion wirklich sagt, das ist dieser Typ, der ist so, naja, der hat halt so eine Bedeutung in unserem Medienzirkus, dass der diese Seite einfach gestalten kann, wie er will. Also ich habe schon Texte für die Zeit geschrieben und viele, ein paar unserer HörerInnen glaube ich auch, weil wir ein paar Medienleute haben, die uns hören und sowas. Und ich habe, das ist der Podcast mit dem größten Anteil an ZeitsjournalistInnen oder ZeitschreiberInnen. Ja, ja, und ich habe das Redigat, ich habe das Redigat durch die Zeitredaktion, da kommt es natürlich auch drauf an, an wen man gerät, immer als ein sehr aktives Empfunden, was gerne eingreift und das finde ich ja auch gut, das ist auch die Aufgabe in der Redaktion. Läuft das dann über Google Docs? Oder darfst du das nicht verraten? Also ich habe immer mit, nee, nee, ich habe mit einem Office-Programm gearbeitet, nicht über Google Docs, aber ich glaube, das geht mittlerweile bestimmt auch. Okay, einfach nur fürs Gefühl, damit ich es mir vorstellen kann, weißt du? Ja, ja, nee, nee, ich habe immer eine Doc-Datei hingeschickt und bekam dann wieder eine zurück. Dann hast du einfach alle Änderungen annehmen geklickt und dann zurückgeschickt wahrscheinlich. Nee, es war ohne das Tool. Es wurde einfach geändert, ohne Anmerkung und dann musste ich das, dann habe ich halt immer gesagt, ja, weil ich bin, also ich war ja selber mal Redakteur und ich bin eigentlich dankbar, wenn Texte von einer Redaktion verbessert werden. Auch wenn man manches vielleicht dann immer mal anders machen würde, aber es passt schon. Ja, aber ich glaube, hier war das so nicht so das, sondern das ist halt einfach so, das ist halt einfach so ein, ja, keine Ahnung, mir konntest du ein bisschen so vorschlingen, sie gibt es nicht mehr, deswegen muss halt jetzt die Seite erscheinen. Mhm, okay. Okay, verstehe. Was hältst du denn davon, wenn wir mal kurz in Medias Res gehen? Ja, gerne. Wir könnten ja mal den ersten Absatz lesen, weil ich habe eine Mikrobeobachtung zu diesem Absatz. Ja, gerne. Und frag mich, ob du das auch so siehst. Soll ich einfach mal vorlesen? Ja. Okay. Jan Böhmermann, achso, der Titel. Hier spricht Jan Böhmermann. Eigentlich kann man schon beim Titel anfangen. Das ist natürlich ein Zitat, ne? Von hier spricht Edgar Wallace, oder? Verstehe ich das falsch? Ja, das kann sein. Hier spricht Edgar Wallace. Das kennt man doch noch irgendwie. Aber ich glaube, dass das halt auch so, das ist provokant gewählt, weil natürlich klar ist, dass sich über einen Artikel von Jan Böhmermann in der Zeit gleich ganz viele aufregen. Also da sehe ich auch schon wieder so dieses, wir lösen was aus. Das ist, glaube ich, einfach provokant gewählt. Sie werden nicht glauben, was Jan Böhmermann denkt. Ja, genau. Wir müssen alle Gräben im Land zuschütten und dafür einen neuen aufreißen. Zwischen den Menschen von heute und morgen und denen von gestern. Das ist sozusagen die Unterüberschrift. Und dann geht's los. Erster Absatz. Wer in unserer schrecklich kompliziert gewordenen Welt zufällig, ich mach nochmal, wer in uns, übrigens wenn es hier im Hintergrund, gerade wenn ihr da Sirenen geheul hört, das sind wir, falls ihr uns im Auto hört, das ist nicht bei euch gerade auf der Straße oder auf der Autobahn. Ich hab das gelernt, dass man das im Podcast machen muss. Okay. Wer in unserer schrecklich kompliziert gewordenen Welt zuverlässig Menschen von gestern erkennen und sie dabei gleich auch noch spaßeshalber an die Grenzen ihrer intellektuellen, politischen und moralischen Kapazität bringen möchte, muss ihn nur in einem möglichst unverfänglichen Stehgespräch angelegentlich eines möglichst beliebigen Get-Togethers mit möglichst arglosem Gesichtsausdruck Wärmepumpe ins Ohr flüstern oder, noch besser, eine einfache Frage stellen wie, was unternehmen wir denn jetzt gegen Russland? Und dann erst mal zurücklehnen und kommen lassen. Ja, was sagst du dazu? Da ist mir eine Sache dran aufgefallen. Ich finde, es gibt so eine zeitliche Nähe zu zwei Dingen, die gerade stattfinden, die sozusagen zum Kontext dieses Text gehören. Das eine sind die, wir nehmen übrigens am Samstagmittag auf, das heißt, morgen sind für uns erst die Landtagswahlen, für euch waren sie gestern. Ja, genau, die kennen wir noch nicht, wie wir ausgehen. Wir kennen das natürlich, können sich das auch nicht vorstellen, aber natürlich findet der Text in diesem Kontext statt, also habe ich zumindest den Eindruck. Und B, natürlich findet er auch im Kontext statt, der gestern neugestarrt ZDF-Magazin-Staffel, so darf man es auch lesen, glaube ich. Und was mir als drittes auffällt, ist das Wort angelegentlich. Also er sagt, muss ihn nur in einem möglichst unverfänglichen Stehgespräch, angelegentlich eines möglichst beliebigen Get-Togethers. Und ich finde das so ein bisschen manieriert, oder wie man das ausspricht. Ja, vielleicht ist da so ein bisschen die Urlaubslektüre mit reingeschwappt noch, weißt du? Das glaube ich halt auch. Ich habe bei vielen Leuten, die ich gerne lese, also so Leuten, die häufiger Kolumnen schreiben oder so, die heutzutage kann man ja auch immer gut verfolgen, wie viel und was sie lesen auf Social Media. Und bei manchen habe ich den Eindruck, dass sie halt vieles von dem, was sie aktuell lesen, dann irgendwie auch noch einfließen lassen, unbewusst in ihre aktuellen Texte. Ist mir ja früher auch so gegangen, wo ich zum Beispiel für die Titanic Kolumnen geschrieben habe. Da habe ich dann auch immer irgendwelche Sachen, die ich gerade gehört habe, dann da reingeschrieben. Aber angelegentlich, ich finde, das ist so ein bisschen, da kippt es so ein bisschen wieder ins Ironische, weil man das Wort ja eigentlich nicht mehr verwendet. Und das hat so etwas Jochen Bittner-haftes, wie wenn Jochen Bittner schreibt, das ist ein Dokument. Und ich habe mir immer gedacht, so... Ja, schau, da sind sie halt dann doch wieder nah beieinander. Genau, Bovacor-Beobachtungen, da sind sie ja vielleicht zumindest in dieser, dass man sich so ein bisschen von sich selber auch berauschen lässt, wenn man so einen Text oder so einen Tweet schreibt. Und das kenne ich natürlich auch. Und einfach, dass ich mir dann nochmal so eine kleine Notiz mitgenommen habe. Falls ich mir so einen Debattenaufschlag in der Zeit schreibe, dass ich solche Wörter dann rausstreiche, damit dieser Eindruck gar nicht erst entsteht. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Und das zieht sich durch den ganzen Text. Und ich meine das jetzt gar nicht böse, aber das hat so einen, in der Art, wie formuliert wird, so einen Unterton, wo immer so ein köstlich mitschwingt. Weißt du, köstlich formuliert. Weißt du, so... Köstlich eingeschränkt. Das ist so ein bisschen, ich weiß es nicht. Da bei dem ersten Absatz hatte ich das Gefühl, man kann es... Also ich hätte mal geschrieben, das kann man auch in der Hälfte der Zeichenzahl rüberbringen, was gemeint ist. Aber egal. Vielleicht muss es auch so sein. Aber vielleicht macht es ja auch einfach Spaß, das so zu schreiben. So wie wir machen ja auch eine halbe Stunde BOVA, nehmen wir auf, zweimal die Woche. Und viele Folgen könnte man auch arg zusammenkürzen, wenn es nur um Informationsvermittlung ginge. Aber es gibt ja noch was darüber hinaus. Ja, genau. Und wenn man in der Sommerpause auf Sendepause ist, ist es halt auch lang und so mancher Gedanke drängt nach außen. Und eine Sache ist mir noch aufgefallen, das ist ja auch so, diese Grundprämisse des Textes ist es ja, also der Gag des Textes ist es ja zu sagen, wir schütten die Gräben zu zwischen links und rechts und was weiß ich was und alles. Und unterscheiden nur noch zwischen Leuten von gestern und denen von heute und morgen. So wurde es jetzt auch gesagt. Und hier denke ich so, das leuchtet mir ja ein, aber warum werden die Leute von heute und die Leute von morgen denn über einen Kamm geschert, wenn zu denen von gestern so ein großer Unterschied besteht? Weißt du, was ich meine? Ja. Müssen nicht die Leute von heute auch ganz anders sein als die von morgen? Ja, spitz finde ich auf eine Art, aber vielleicht ist hier auch sozusagen schon so eine versteckte Definition des Liberalismus. Schönes Hipper. Aber ja, ich verstehe total, was du meinst, weil mir ist auch eine Sache aufgefallen, ich begreife oder ahne, sagten heute, diese Unterscheidung zwischen Menschen von gestern und Menschen von heute respektive morgen natürlich sehr und kann das absolut nachfühlen und nachempfinden. Und das ist natürlich gleichzeitig, wenn man im selben Text sagt, einander ist alles, was wir haben und für mehr Solidarität plädiert, dann komme ich in so ein, wenn ich das jetzt anwenden müsste, in so eine performative Paralyse, weil ich nicht genau wüsste, was ich denn jetzt machen soll. Also soll ich sozusagen die Gräben erhöhen oder soll ich eher dann dort wieder die Hand reichen? Weißt du, was ich meine? Ja, also dieses einander ist alles, was wir haben, ist ja ein wunderschöner Satz. Wo ist der denn her? Du hast nochmal geteasert, dass das ein Zitat ist eigentlich, aber mir nicht verraten, woher das ist. Echt, habe ich das gesagt? Ich meine, oder war das wer anders? Ich weiß es nicht mehr. Nee, das war, glaube ich, wer anders, weil ich kenne den nicht, aber mir kam das jetzt so, da kam es mir dann wieder vor, so ein bisschen wie so eine Kamala Harris Speech. Hat der aber schon vor der Kamala Harris Speech am Ende der Eurovision Sound Contest Übertragung mit Olli Schulz gesagt? Ist mir noch im Ohr, weil ich das auch, das sind so Worte, die nachheilen. Ja, ich habe das parallel mal bei Google eingegeben und habe gesehen, dass das irgendwie schon mal im ZMR gefallen ist, dieses Zitat. Ah, okay, das ist vielleicht auch einfach von ihm, das kann natürlich auch sein. Aber ich möchte mal eine Sache, das ist mir nämlich, habe ich fast vergessen in dieser Sendung anzubringen, das war ein Gedanke, den ich jetzt auch in den Tagen hatte, dass hier entsteht jetzt so eine Debatte natürlich, das ist so aufgeladen und Jochen Bittner und dann schreibt noch wer anders was auf Reds und so weiter. Und gleichzeitig, was wir auch eingangs gesagt haben, so richtig findet die Debatte aber auch nicht mehr an einem Ort statt, sondern eher über die Intra-Plattform-Debatte und so weiter. Aber weißt du, was ich mich gefragt habe? Wir haben noch alle, also da wird sich dann darüber aufgeregt, da wird gesagt, auch im Deutschlandfunk, das sei ja derart arrogant und so weiter. Aber wir haben ja als Kinder, oder ich zumindest, wir haben alle eine Kinderbuchreihe geliebt und gelesen, von vorne bis hinten, die im Prinzip mit demselben Gedankenbild arbeitet. Kommst du drauf, welche Kinderbuchreihe ich meine? Ähm, nein. Es ist natürlich von Paul Ma die Sams-Reihe. Ach ja. Ja, denn beim Sams ist es ja letztlich genau dasselbe Bild. Der Herr Taschenbier ist ja jemand, man könnte ihn als Menschen von gestern sozusagen charakterisieren. Jemand, der sehr eingerichtet ist, sehr auf sozusagen kontrollierte Abläufe, keine Störungen, alles geht genauso weiter, wie er es kennt. Darauf ist er eingerichtet und programmiert, er ist so ein bisschen strukturkonservativ. Vielleicht würde man heute sagen, ein Mensch von gestern. Und in dieses Leben bricht nun, bricht nun das Sams ein, also das Heute und das Morgen, bringt alles durcheinander mit neuen Ideen. Also hier muss ich, aber hier muss ich widersprechen ein bisschen, weil der Herr Taschenbier ist doch eigentlich ein, ein extrem liebenswürdiger. Er ist ein bisschen schrullig, natürlich. Ja, sind die Menschen von gestern ja auch manchmal. Aber er ist sehr schüchtern, aber er ist jemand, der hat eigentlich selten den eigenen Vorteil im Blick und sowas und gewöhnt sich doch ganz schnell an dieses Sams. Schon nach einer Woche mit Sams will er, dass es nicht mehr geht. Ich habe ja, das ist lustig, dass du das jetzt sagst, weil ich höre gerade der Kinderregen ganz viel wieder des Sams und diese ersten drei Hörspiele, die noch richtige Hörspiele sind, nicht einfach eingelesen. Das ist das Beste, glaube ich, was jemals an Hörspielen gemacht wurde in Deutschland. Das ist absolut fantastisch. Also hört es mal wieder an, die ersten drei. Okay, ich glaube, vielleicht ist meine Interpretation auch einfach Quatsch. Ich glaube, wir müssen das einfach, du musst nochmal die drei Sams-Hörspiele hören und dann müssen wir beim nächsten Mal nochmal drüber sprechen. Dann machen wir nochmal einen kleinen Nachklapp, genau. Genau, ich würde mir das auch wünschen. Das war jetzt eine sehr, ist ja jetzt oder ist oder gleich war, eine sehr experimentelle Bova-Folge, wo wir wirklich mal in einen Debattenraum gegangen sind. Das haben wir eigentlich noch nie gemacht. Ich fühle mich wie Frodo und sein Freund Samwise Gamgee, wo sie halt durch dieses kurz vorm Mordor, kurz vorm Schicksalsberg, so fühlt sich das an, in so eine echte Debatte einzusteigen. Das finde ich auch gut, wenn Dax Werner lieber wieder in die Bilder aus dem Herr-der-Ringe-Universum geht und nicht Herr Taschenbier-Unrecht antute. Das ist auch so lustig, dass ich genau das Kinderbuch erwischt habe, in dem du gerade so richtig drin bist, dass du direkt den Bullshit outcallst, den ich erzähle. Ja, Pech gehabt. Wunderbar. Fair Play. Genau, wir wollten ja eigentlich heute noch über die Beerdigung von Richard Mörtel-Lugner sprechen, aber die Zeit ist um, weil wir jetzt so viel zu sagen hatten zu diesem Text. Ich habe mal einen Aufruf an euch, liebe HörerInnen. Habt ihr denn irgendwie Meinungen zur heutigen Folge und ja zur Debatte um, ich bin, ne, hier spricht Jan Böhmermann, also zu diesem Text? Weil es würde mich total interessieren, wie ihr das seht. Es ist nicht so, so, wie soll ich sagen, es ist wirklich ernst gemeint. Ich wollte gerade schon irgendwie den Namen von zwei anderen PodcasterInnen nennen, bei denen ich das nie glaube, wenn die sagen, würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Mich würde es wirklich interessieren, ja. Mich würde es halt auch wirklich interessieren und schreibt uns bitte an gummo.atbonigerwachmacher.de. Das hier war unsere kleine Wochenendausgabe. Es gab diesmal keine regional, lokal oder Tiernachrichten oder welche über verschwunden und geklaute Lebensmittel. Das wird aber ab Donnerstag wieder so sein. Vielleicht habt ihr trotzdem Spaß gehabt mit dieser kleinen experimentellen Debattenfolge. Genau, was mich auch noch interessieren würde, wäre, wie der Imker, der dem Böhmermann Honig macht, diesen Text sieht. Aber ich finde, weißt du, darf ich kurz noch dazu was sagen? Ja, bitte. Ich finde halt, wir haben ja auch hier über den Imker geredet und ich fand das ja auch wirklich lustig, wie der damit umgegangen ist und keine Ahnung, Frops an ihn so für die Aktion. Aber wie der Imker jetzt so praktisch wie früher in so, keine Ahnung, so irgendwelche mittelalterlichen Kriege, wo irgendwelche Parteien tragen dann so Fahnen vor sich her. Und wenn man halt in diese Kommentarspalten guckt, da wird halt so auf dieser Imker angeführt oder auf dieses Imker-Ding verwiesen von sozusagen den Gegnern dieses Textes, dass ich mich schon fast wieder schmutzig fühle, da eine Folge zugemacht zu haben, weil der ist so ein konservatives Anti-Böhmermann-Meme geworden, dieser Imker. Ja, ja, das ist halt so ein bisschen das Blöde, weil vorher, vor dem Imker war die Situation so, dass Bömi quasi von Erdogan quasi angeklagt wurde. Und da war klar, wer Humor hatte und wer von oben aus einer Machtposition heraus geurteilt hat. Und jetzt kriegen die Gegner das Futter dieses kleinen Imkers, der natürlich, der natürlich, der jetzt hier der David gegen den Goliath aus dem Medienzirkus ist. Endlich konnten sie schreiben, wie schmeckt die eigene Medizin. Richtig, und da hat man ohne Not dem Gegner im Debattenraum quasi eine Flanke aufgemacht. Ja, also ich glaube, in der Nachbetrachtung ist klar, man hätte diesen Imker einfach in die Sendung einladen müssen, so wie Stefan Rapp das halt im Schlaf gemacht hätte, so hundertprozentig. Und gemeinsam mit Honig essen. Da gibt es jetzt keine zwei Meinungen mehr. Ja, genau. Gemeinsame Honigverkostung im ZMR mit Online-Verlängerung. Ich glaube, das ist vollkommen klar. Genau. Aus dem Bauchnabel wie Harald Schmidt früher. Irgendwie so. Ja, ich hätte auch gerne heute noch über einen Text von Peter Unfried über Harald Schmidt gesprochen. Aber vielleicht machen wir es für unsere Patreon-Abonnenten. Ja, oder wir machen es so, dass online erscheint noch eine Extended Edition dieses Podcasts, weil wir noch so viel mehr zu sagen haben. Ja, genau. Nicht so wie in der Zeitung, genau. Okay, Leute. Also, ihr Lieben, habt eine schöne Woche, wir hören uns Donnerstag. Wir lieben euch. Moritz, ich weiß gar nicht, ob du schon gesegnet hast. Nee, hab ich gar nicht. Kurze Kontrollfragen. Leute, ich segne euch für diese Woche. Macht es gut. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. 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 Bis dahin.